Antoine Pierre-Joseph-Marie Barnevers war ein französischer Politiker während der französischen Revolution. Leben, Herkunft Er entstammte einer protestantischen Familie, sein Vater war Anwalt im Parlament von Grenoble und seine Mutter guter Herkunft. Seine Mutter bildete ihn aus, weil er als Protestant nicht die Schule besuchen konnte. Mit 22 machte er durch eine Rede vor dem örtlichen Parlament über die Gewaltentrennung auf sich aufmerksam. Die Dauphin war eine der ersten Provinzen, in denen man die Erregung über die aufkommende Revolution spüren konnte und Barnevers war einer der ersten, der der allgemeinen Stimmung mit dem Pamphlet Esprit des Edits en Registre Militairement am 20. Mai 1788 eine Stimme verlieh. Er wurde unmittelbar mit seinem Vater zum Abgeordneten in die Ständeversammlung der Dauphin gewählt und spielte dort eine führende Rolle bei Debatten Aufstieg Wenige Monate später, kurz nach der Einberufung der Generalstände am 5. Mai 1789 in Versailles, wurde Barnevers in seiner Heimatprovinz als Abgeordneter des dritten Standes gewählt. Er machte schon bald Eindruck auf die Versammlung und befreundete sich mit den meisten Führern der populären Partei. Mit Atrien Dupot und Alexandre Lamet bildete er die Gruppe, die während der Verfassung gebenden Versammlung als Triumvirat bezeichnet wurde. Er nahm an der Besprechung über die Forderungen der drei Stände teil und entwarf die erste Eingabe an den König. Er unterstützte sie als Vorschlag, dass die Versammlung sich Nationalversammlung nennen solle. Bis 1791 war er eines der Hauptmitglieder des Klubs, der später als Jakobiner Club bekannt wurde und er verfasste dessen Manifest und Regeln. Obwohl er leidenschaftlicher Verfechter der Freiheit war, hoffte er die Unabhängigkeit Frankreichs und der Monarchie zur gleichen Zeit zu sichern. Aber er wurde mitgerissen von den politischen Strömungen der Zeit und er beteiligte sich an den Angriffen auf die Monarchie, den Klerus, die Kirchengüter und die Provinzparlamente. Abgesehen von Mirabo war er der gewaltigste Redner in der Nationalversammlung. Bei mehreren Gelegenheiten stand er in Gegnerschaft zu Mirabo. Nach dem Sturm auf die Basti versuchte er den Thron zu retten. Er verfocht das aufschiebende Veto und die Einrichtung von geschworenen Prozessen in zivilrechtlichen Angelegenheiten. Stimmte aber mit der Linken gegen das Zweikammernsystem. Sein leidenschaftlicher Streit mit Mirabo und Jacques-Antoine-Marie de Casales über die Frage, ob dem König das Recht zustehe, über Krieg und Frieden zu entscheiden, gilt als eine der bemerkenswertesten Szenen in der Geschichte der Nationalversammlung. Dabei verfocht Barnewehr den demokratischen Standpunkt gegen ein alleiniges Recht des Königs. Im August 1790 focht er nach einer heftigen Debatte ein Duell gegen Casales, in dem er leicht verwundet wurde. Ende Oktober wurde er zum Präsidenten der Nationalversammlung ernannt. Beim Tod Mirabe aus wenige Monate später bezeugte er seine Anerkennung für dessen Dienst an der Allgemeinheit und bezeichnete ihn als den Shakespeare der Redekunst. Bei der Verhaftung der königlichen Familie in Varenes nach ihrem Fluchtversuch war er einer der drei Kommissare, die sie zurück nach Paris geleiteten. Auf der Reise war er tief bewegt vom Schicksal Marie Antoinettes und beschloss zu tun, was er konnte, um ihr beizustehen. In einer der kraftvollsten Reden behauptete er die Unantastbarkeit der Person des Königs. Tod. Seine öffentliche Karriere ging mit der Auflösung der verfassungsgebenden Versammlung zu Ende und Anfang 1792 kehrte er nach Grenoble zurück. Seine Sympathie und Beziehungen zur königlichen Familie, der er einen Plan zur Gegenrevolution vorgelegt hatte, und sein Wunsch, die fortschreitende Revolution aufzuhalten, brachten ihn in Verdacht des Verrats. Er wurde in der Nationalversammlung denunziert, festgenommen und zehn Monate lang in Grenoble gefangen gehalten, dann nach Fort Baraux überführt und im November 1793 nach Paris. Am 28. November erschien er vor dem Revolutions-Tribunal und wurde auf der Basis kompromittierender Papiere verurteilt. Die im Palais des Toloris gefunden worden waren, am nächsten Tag wurde er durch die Guillotine hingerichtet. Werke Oeuvres de Barneve Publiés par Mme Saint-Germain S. Asur Mises en Audrey Priestis Dünnotis Historik S. Ur Barneve Par M. Berenguer de la Drom Paris Jules Chapelle Légia 1843 Vier Bände mit Fiximiles CXL Plus 288 S. 408 S. 390 S. 424 S.